einen wunderschönen guten tag willkommen zurück im lande transport fevers und unser schiffchen legt an und nimmt 13 leute mit nach tokio wow das ist wenig und wenn ich sage wenig dann ist das noch nett ausgedrückt denn es ist unterirdisch naja gut okay wir probieren unser bestes so wir holen uns denke ich mal vielleicht noch ne achso tanklaster ja wir holen uns aber vielleicht noch mal zwei normale lkw die wir für die lebensmittelroute hier machen können weg ist ja doch ein bisschen weiter wobei ist quatsch der weg ist ja nach hier vorne also hierhin ja wo stehen wir denn eigentlich immer noch weit weg von dem was eigentlich möglich wäre gut hier unten wird noch gebaut gerade eigentlich wäre hier auch noch ein bisschen platz ansonsten können wir vielleicht auch hier hinten noch erweitern wie viel geld haben wir denn 3,2 millionen planieren warte mal aber größe bitte groß ja das hat schon fast eine halbe millionen gekostet so jetzt können sie sich aber hier eigentlich noch mal ein bisschen ausbreiten das ist theoretisch ja guck mal und zack schon wieder die ersten neun häuser gut lassen wir erst mal ein bisschen laufen ähm ich weiß nicht mehr was wir so zuletzt gemacht haben muss ich zu meiner schande gestehen ich glaube ich wollte noch ein paar schiffe ausbauen beziehungsweise hier die alten kamen oder kene besser gesagt alle mal so ein bisschen verbessern ah wir haben hier nämlich noch holz und so ein quark du bist doch auch noch ein altes schiff oder ja und da ist auch noch das alte pier welches schiff ja gut okay komm ich denke das müssen wir mal machen ja ich weiß sorry so zack und dann können wir nämlich die beiden schiffe auch mal verwalten und in die hier um ändern so dann haben wir schon wieder einen haltet man immer noch 3,5 millionen so gholz 2 die dinger hier könnten wir oder müssten wir eigentlich auch mal ändern ja das nehmen wir hier noch anlegen und dann werden wir das auch noch mal wechseln und bauen das in ein großes pier um ja da hier die straße ist auch so da muss man halt alles angleichen wieder das wird teuer das kann ich mir glaube ich gar nicht leisten so schnell 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 okay und die drei bitte also wenn möglich ja vier millionen kann ich mir nicht leisten gut müssen wir kurz ein bisschen warten alter zwei millionen sagt er unsere bilanz überhaupt ah fünfeinhalb naja sieben millionen machen wir ungefähr pro jahr jetzt mit den neuen schiffen vielleicht ein bisschen mehr also mit den größeren sind ja keine neuen schiffe wie sich die sonne spiegelt ja du bist doch nicht voll weil war nicht möglich so warte mal jetzt dürften wir die aber eigentlich alle wechseln können ja ich weiß nicht ob so viel schon da ist ja und zack noch 130 à la bono ja ich habe doch aber hier zwei anlegen stellen oder zack 238 sehr sehr cool so eine million haben wir schon wieder auf dem konto oder knapp sogar zwei na gut jetzt wieder einer ähm wer macht denn so richtig minus Tokio Maschinen ja gut das wird auch so bleiben Tunji Bretter da ist einfach der Weg zu weit ja über das Ding reden wir auch hier nicht Chongqing Öl ja das ist hier die weite Strecke die Peshawad Train macht auch minus aha okay erstaunlich kann ich hier mit irgendwas versorgen ah ah Chemikalien obwohl hätten wir hier unten kann ich aber auch nicht so wirklich versorgen Buzan nimmt auch nur das schade das wäre hier kein Holz na doch hier hinten zack 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 Buzo B46 ach so Passagiere aber ich glaube sowas habe ich gar nicht ne ne ich habe nur normale Fracht Tokio Lebensmittel macht auch minus ach so ja der der für die für den Treibstoff den kann ich mir übrigens auch mal klemmen ah wo war Linie zuweisen Tokio Treibstoff ich glaube wir schaffen das tatsächlich oh hier sind sogar Menschen drei Leute wollen nach Hangzhou geil und die ersten Werkzeuge kommen halt eine 489 theoretisch müsste ich diese Stadt so exorbitant ausbauen so Tokio dann los geht's erweiter dich ich will nicht der sein der hier die ganzen Gebäude abreißt das können die schön selber machen sieht's denn diagrammmäßig aus ah da schießt immer noch so nach oben 492 ach so weil jetzt auch die ersten Dings kommen ne ja was mir eiskalte 0% bringt scheiße ey oh ne neue Straße schön ja da können dann auch nochmal zwei drei kleine Gebäude hin aber auch nicht so viel jetzt könnte man zumindest nochmal hier die Häuser alle upgraden ja sehr gut wie gesagt Tokio lassen wir jetzt einfach mal rechts oder links liegen und kümmern uns mal vielleicht um das hier so hier könnte ich nämlich Treibstoff machen und den könnte ich nach Juju bringen und nach Inchion ich glaube das machen wir auch ich denke das wäre doch mal ne Kette die wir machen können so Hytertransport aber nicht so lang so einmal hier hinten lang so mal gucken wo ich's anschließen kann so da würde es gehen so fangen wir uns einfach nach da vorne nein das ist nicht angeschlossen ne ja eine neue Lokomotive elektrisch gibt's immer noch nicht das im Jahr 1932 okay boah 4 Millionen immer noch nehmen wir uns die und Kesselwagen ne ja scheiße Alter kann ich mir schon wieder nicht leisten also 60 hätte ich gern eigentlich also 60 hätte ich gern eigentlich ne äh Rohöl so einmal wenden ja wir lassen uns jetzt mal ein bisschen durchlaufen haben wir nicht hier auch irgendwo Steine guck mal hier theoretisch oder da oben aber der Weg wäre natürlich auch wieder exorbitant lang was wir auf jeden Fall schon mal sitzen können ist das hier ach so muss ich sagen wo ist es hin so voll und die ersten Sachen müssen wir gleich eintreffen so Güterhafen und zwar hätte ich gern einen großen falsche Taste gedrückt keine Angst wird gleich so da kann man eine kleine Straße machen geht ja nur um die Anbindung jawohl sehr schön so Güterhafen groß die Junkers ein neues Flugzeug so groß und das kann man dann nach Incheon bringen beziehungsweise nach Zuzu oder Zuzu Zuzu naja wir wissen wie es heißt ähm zweimal schaff ne warte mal hier zwei von denen wird er Farben sind natürlich auch wieder krass so das ist so das ist Mischel Gwang Mischu Öl so du lieferst immer noch 60 ab jawohl jawohl da kommt das Öl kann doch sein kann doch sein dass das hier ein bisschen klein ist kann doch sein dass das hier ein bisschen klein ist ja den werden wir kurz ein bisschen upgraden äh gewähltes ersetze ne ändern so nochmal drei hinten dran geschraubt dass wir auf 96 kommen Abnehmer ja 94% Transport das sollten wir jetzt auf jeden Fall schaffen muss eigentlich der Transport nach oben gehen oder? immer noch 30% okay ich weiß nicht ob es sogar nicht eins reichen würde also ich meine die Produktion muss ja erstmal anlaufen ah sehr schön immer noch 0% Transport so Incheon so wir haben genug Geld ähm wer benötigt denn hier das Öl? äh ärgerlich wird nicht reichen oder? ne na gut wir können mit Terraforming ja einiges beheben und jetzt müsste es hier richtig rangehen, ne? ja okay und dann können wir mit einem Schiffchen Wendell äh äh so oh ja ja Treibstoff so Juju Trapster und Juju könnten wir auch jetzt mit Roten versorgen ganz ehrlich das machen wir jetzt auch noch so da fangen wir aber auch hinten an ach scheiße ich muss oben rum ach das ist ärgerlich das ist ärgerlich der geht unten rumgegangen das ist sehr sehr voll aber machen wir uns relativ einfach jetzt warte mal wir können es uns doch was noch einfacher machen ne können wir nicht wir gehen mit der Bahn durch kurz überlegt ob wir das auch mit dem Schiff machen aber das wäre Quatsch so da haben wir zum Glück auch einen kleinen Weg rein so wo müssen wir rauskommen da ungefähr ja ja ich muss mal gucken ob wir überhaupt die richtigen Gleise genommen haben dann erster Zug ja da können wir ja so einen 80er wieder nehmen warte mal ne den 70er nehmen wir mit dem hier alter Schweder ist das viel Inchion Weizen wir lassen jetzt einfach mal die Farben so Tja und jetzt müsste ich also eigentlich am geilsten wäre wenn ich hier irgendwo ne Brücke rüber setzen kann dann geht es einfach mal die Farben so geht nicht alles klar dann gehen wir den weiten Weg hilft da nischt wow wow das sieht auch schon wieder super scheiße aus okay und dann ja ja Emission ich weiß machen wir uns machen wir uns das Brot also Lebensmittel mit ner schnellen Dampflok würde ich sagen obwohl warte mal die Dinger können ja wieder nur 80 fahren oh hier komm nehmen wir den dazu Zuju Lebensmittel so wir müssen hier aber auch die ersten Lebensmittel ja ankommen sehr gut gut dann Zuju oh neue Schiffe und neue LKWs alles klar stopp neue LKWs okay wir fangen mal hier an in Hangzhou Baumaterialien guck mal hier die machen schon mal 12 anstatt ich glaube 7 ne ja ja gut die Frage ist ob man dann auch Doppel braucht noch Hangzhou Steiner mal hier 14 also ich glaube das sind schon fast zu viel können ja mal ein paar rausschmeißen so wir machen das einfach mal mit 4 oder 5 und hier denke ich werden auch so naja vielleicht 5 reichen 2 4 5 weil die werden hier nicht hinterher kommen oh 29 Passagiere schon cool oh in Tokio sind auch schon 24 alter 52 krass also nicht dass das Ding jetzt plus machen würde aber hier hinten wurde was gebaut da aber nicht alter 612 alter Schwede krasse Scheiße oh und hier 50 jetzt schon okay das lohnt sich dann so wo war ich denn hier Hangzhou der fährt mit 5 los der mit 7 ja aber alles 100% der ist voll der gar nicht ja das können wir auch mit 4 machen ja und ich glaube hier können wir uns auch mal auf 4 reduzieren ja so nächste Linie also die haben wir Hangzhou Holz die können wir 1 zu 1 ersetzen ja und das sollte dann hoffentlich auch mehr werden ah guck mal hier die müssen wir auch alle gleich ersetzen 70% nur achso wie schnell sind die guck mal die fahren schon 60 gut dann müssen wir natürlich auch dementsprechend erstmal die Straßen ausbauen so wie schnell ist die das ist eine kleine Straße Langstraße Langstraße was sind denn das hier für Straßen? 3 werden entfernt 7 verschoben ne gar keine Lust drauf dann können wir hier mal ein bisschen ebenen jetzt alles so mittlere obwohl ich kann auch eine mittlere Landstraße machen also es wird ja prinzipiell eher eher schneller als langsamer sehr gut so 80 kmh was sagen die Abnehmerzahlen 73% also ein bisschen geht es bergauf da wird der Zucht dann auch wieder voller und wir kommen auf ne 41% sehr gut gefühlt kann ich hier sogar noch ein Fahrzeug mit dazu machen ja jetzt frage mich mal einer was das hier ist Langshu Holz ja ah und hier wird es jetzt deutlich weniger sehr sehr schön Ich kann mal ganz kurz ein bisschen ausbauen Können jetzt eigentlich zwei gleichzeitig beladen werden? Nein, die stehen und warten Oh, Vorfahrt genommen Cool, so, dann nächste Folge geht's weiter Mit Transport Fever Und dann werden wir weiter die Sachen upgraden erstmal Also die Fahrzeuge und die dazugehörigen Straßen Ich denke, da haben wir auf jeden Fall noch mehr als genug zu tun jetzt So, aber das dann wie gesagt in der morgigen Folge, meine Lieben Adieu erstmal und herzlichen Dank fürs dabei sein Bis zum nächsten Mal